Mein erster Kampf war brutal. Da habe ich mir echt Beine in die Hose geschissen, beim Reinlaufen. Da habe ich gedacht, ey, was machst du hier, du Idiot? Bin ich da rein? Der Kampf hat gedauert. Ich müsste lügen, 39 Sekunden. Bumm, ist er K.O. gegangen, der Typ. Mit 29 Amateurkämpfen.